Hallo da draußen, herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Livestream mit eurem lieben Sarok und Xialin. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute, meine lieben Freunde, betteln wir uns wieder mal. Und zwar, wer hat den härteren Wurm? Du bist noch im Modus von gestern, oder? Kann sein. Und ja, ich würde sagen, wir machen gar nicht so lange rum. Guck mal, ich habe ein Unzeichen gebastelt mit meinem Headset-Kabel. Das hast du so schön gemacht. Wow. Meine Nase kitzelt, verdammt. Hörst du auf? Ich wollte helfen. Das klingt halt falsch. Ja, das klingt wirklich falsch, aber so ist das, ne? Der härtere Wurm steht länger. Okay. Okay, legen wir einfach mal nur. Können wir einfach sagen, survival of the fittest oder so? Ja, können wir auch machen. So, ja, liebe Leute, Handelchen da draußen. Oh, da ist die Kamera. Genau. Das sitzt heute auf der anderen Seite. Das sitzt heute links, ja. Ich arbeite gerade an einer neuen Map. Ja, dann arbeite wir an einer Map weiter. Genau, morgens ein bisschen zack, mein Xarok. Kann ich mitspielen? Nein. Xarok ist gemütet. Ja, ja. Xialin nicht, ne? Aber ich schon. Ja, 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 ja. Schon klar. Das ist nett von dir, dass du mich nicht mutest. Mom's Revolution! Genau, ich weiß nicht. Oh, super scharf! Ich lasse einfach dich anfangen und ich mache dann... Ich weiß noch gar nicht, es ist voll unpratisch jetzt hier mit dem Mikro. Ja, warte mal, ich kann ja auch das Mikro hier hinten hinstellen. Aber deine Tastatur ist so kurz. Meine Tastatur ist so kurz. Du kannst sie dir ja holen, wo du willst. So, wie war das? Wie war das noch mal? Weiß ich auch nicht mehr. Musst du mal gucken. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ich weiß es nicht, mit links und rechts? Ah, okay. Genau. Also erste Runde ist Probe-Runde. Was? Nur ein Dynamit? S43? Nee, leider nicht. Mit was droppe ich nochmal? Ich glaube mit Enter. Oder Leertaste. Ah, was war dann Springen? Enter, oder? Oder Pfeil hoch? Oder irgendwas hier. Nein, ich hab nicht mehr getroffen. Er hat es ja halt erst ausprobiert. Ja, wäre schlau gewesen. Aber ich hatte Angst, dass ich die Mine jetzt bei mir fallen lasse. Was da? Ja, erhältst du ja halt erst mal laufen, ne? Du hast einen voll coolen Hut auf. Okay, Shift ist hüpfen. Ah ja. Okay. Genau. Nein, Gerber, du kannst nicht mitspielen. So, okay, was haben wir denn hier? Scharf. Granate. Nein. Was für Farbe hast du? Du bist blau, gell? Äh. Ich bin orange. So, ich versuch's jetzt einfach. Ach, da sitzt einer. Ui. Mal gucken. Wow. Oh, nicht getroffen. Ich dachte, du wünschst die Granate. Mach sie, Blatt, Klaug. Mach ich. Nein, man kann leider nicht mitspielen. Aber kann man vielleicht mal als Event ansetzen. Iiii, Sudden Death. Ich hatte Sudden Death. Hä? Wieso reden die so komisch? Weiß ich nicht. Ich glaub, das hat was mit dagegen zu tun. Oder so. Ich weiß nicht. Doink. Ähm. Momo, der dreht es vorüber. Oh, guck mal. Da ist einer da unten. Hahahaha. Ähm. Ähm, 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 ähm. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Du kannst das. Mit dem Pfeiltasten fliegt man das, oder? Keine Ahnung. Damit, damit. Nein! Oh. Hahaha. Das war klapp. Mit dem Pfeiltasten geht's schon wohl nicht. Nein! Au. Ich hab's geschafft. Ich bin noch weit da rüber. Mano. Oh. Ich hab's geschafft. Ach, das sind Cyborg Worms. Hm. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich die so mal gemacht habe. Oh, das ist jetzt natürlich leichtes Spiel, ne? So. Pass auf. Achtung. Und? Tja. Ich hab's wohl verkackt. Was hast du gemacht? Ich hab nicht zugeguckt. Ich hab den mit dem Basie eins übergezogen. Au. Ich schau deinen harten Brunnen vor. Aber leider ist er nicht weit geflogen. Die Krankenversicherung macht sich bezahlt. He, he, he. Nee, sollte man nicht machen. Äh, da ist ja Wasser. Wie geht's? Ja, das ist das Satten-Deft, das Wassersteigt-Tanz. Ja, deiner ist schon versunken. Oh. Das ist voll wies. Der war noch gar nicht dran, oder? Ja, ich weiß nicht, warum das schon ist. Ähm. Wow, das Einfachste der Welt. Ja, ja. Hat halt nicht geklappt. Ich hab den Namen schon seit 2013 bei den Habo-Zeiten. Habo-Zeiten? Wer ist Habo? Habo. Ist das nicht so wie Knuddel's? Ach ja, genau. Oh, ich hab früher Habo auch voll viel gespielt. Was? Habo? Ja. Und wieso weißt du denn nicht, was es ist? Ich hab das nie gespielt, wenn ich weiß, was es ist. Weil mir das grad nicht eingefallen ist. Wo sind die, die große Vogel? Ah, hier. Aber die bringen mir hier gar nichts da drüben, oder? Nee, ja, schwierig. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich auch nicht. Meine Zeit ist gleich um. Nimm mal Basooka und schieß rüber, wieso? Hält nicht dir. Ja, ich muss machen. Hast du schon mal VR gespielt? Ja, wir haben eine HTC Vive. Ja. So, was würd ich hier denn tun? Schau mal. Also hier. Oh, das könnte schwierig werden, von da aus. Ah, ich tu. Ah. Ja, nee. Oh! Das hatte ich jetzt. Ich hab gedacht, ich treffe die Ecke da. Das glaub ich ja jetzt nicht. Ich auch nicht. Trinkt uns aber nichts, hat trotzdem getroffen. Cheater. Hey. Hörst du auch. Das macht. Toll. Weil du mich abgelenkt hast. Die Kuh gewinnt. Wenn du so schlecht bist. Welche Spiele spielst du? Ja, genau. Ich mach dich noch fertig. Warte. Welche Spiele spielst du zur Zeit außer Scrap Mechanic? Worms. Brick Ricks, Trail Bakers. Was spiel ich noch? Boah. Ist eh schon genug. Und momentan, ja, Innocence. Das hab ich aber fertig gespielt. Guck mal, wie gemein die ist. Das ist das Spielprinzip. Hast du's nicht verstanden, oder was? Doch. Na also, dann bin ich nicht gemein, sondern einfach nur normal. Scheiße, ich hab ja eigentlich schon praktisch verloren. Ja, so ein bisschen. Das war aber voll pies, dass der eine da unten saß und gleich ersoffen ist, bevor er überhaupt dran war. Ja, das stimmt. Das ist ja voll gemein. Deswegen mag ich Sudden Death nicht. Ja, ich wollte eigentlich auch gar keinen Sudden Death. Er hat sich unentschieden, ich soll dich platt machen. Ja, ja. Ja. Zum Gewinnerteam gewechselt, oder? Jetzt hab ich richtig gezielt. Ich hab schon so lang nicht mehr. Ich mach deine Hüte. Ja, so ein Hut auf so ein Wurm sieht schon nett aus, ne? Ja. Oh Mann! Schwein! Schwimmen wir zusammen gegen Online-Gegner, wenn das geht. Könnte es sogar gehen, weiß ich gar nicht. Aber das Problem ist unser Internet. Ich will da jetzt eigentlich nichts online machen. Der hat Xarok gesagt, glaube ich. Natürlich. Das sagen sie alle. Wir wissen ja auch, der Xarok ist. Das reicht wahrscheinlich gar nicht. Wird die überhaupt ausgelöst, wenn da gar nichts ist? Das wird gar nicht ausgelöst. Das ist ja fies. Das könnte interessant werden. Gleich könnte sich das platt ändern, ja? Nein. Nein, 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 nein. Wo ist denn das Jetpack? Gibt's nicht. Doch. Da ist das Jetpack. Kann gar nicht sein. Ich sehe ihn eh schon ins Wasser fallen. Blumms, Platsch, Scheiße, verdammt, doch nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich mach dich jetzt so fertig. Ich schwör's dir. Nein. Nein. Hab Mitleid. Bitte, 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 bitte. Was soll ich denn? Wie töten wir sie? Warte mal. Seilspringen. Neh mal TNT. Ich kann Seilspringen auf den Tod nicht ausstehen. Waaah. Ich auch. Oh, das könnte ich mitnehmen. Aber egal. Ein 98er versenkt. Mano. Hä, meine lebt noch. Und die da unten ist auch auf den Tod. Ich könnte noch gewinnen. Oh fuck, ich hab nur noch einen. Ja. So schnell kann sich das Blatt ändern. So, wer ist fixier-alien? Wer hat das geschrieben? Warte mal. Irgendwer hat gesagt, okay, ich bin jetzt fixier-alien. Mal gucken, ob der wieder sich zu mir wendet. Scheiße. Ich bin wieder drin. Oh, scheiße. Gesundheit. Für wen ich auch immer stehe, der beginnt zu verlieren. Man sollte nicht gleichzeitig Seilbahn fahren. Nein. Und es gibt... Oh. Oh nein, ich treffe... Oh Gott sei Dank. Ich dachte, ich treffe jetzt auch noch daneben. Ich bleib jetzt in der Mitte stehen. Gewerbe entscheide ich einfach nicht. Es ist einfach für beide. Ich werde verlieren. Das ist so gemein. Jetzt ist der Sechser dran, oder? Ich gewinne nie in diesem Spiel. Ja, das stimmt. Welche nächste Runde? Mano. Nicht treffen. Ich versuch's. Machst du gerade Luftangriff? Ich glaube, es waren... Ah, scheiße. Ich habe die falsche. Das hast du jetzt voll mit Absicht gemacht. Ich dachte, die würde explodieren. Aber gut. Seilbahn wird eh gewinnen. Ja, noch? Noch? Hm, die zu wissen, dass wir sowas haben. Aber geht die bis da unten durch? Keine Ahnung. Was ist die da? Guckabombe. Ba, 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 ba. Du kannst doch unten klicken. Das ist wurscht. Danke für die Hilfe. Ja. Friss, friss, friss. Und explodier. Friss, ja, und boom. Du Sackratte, du Sackratte. Ich muss gewinnen. Ich muss gewinnen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. So, jetzt, jetzt komme ich erst mal zu dir hoch. Komm doch, wenn du dich raus. Komm doch. Scheiße, er ist da. Verdammt. So. Und jetzt pass auf. Es gibt noch den Basie, oder? Habe ich noch einen Basie? Nein, den hast du nicht mehr. Scheiße, ich habe keinen Basie mehr. Das könnte jetzt tatsächlich schwierig werden. Hello is complicated enough. Aua. Oh mein Gott. Das war klar. Mein Herz. Deine Haarrollen. Ja. Nein. Nein. Ja. Nein. Komm. Komm, den Millimeter kann sie doch noch rüberrutschen. Oh. Wie kriege ich dich jetzt tot? Ich werde sowas von verkacken. Ja, das wäre doch okay. Nein, das wäre nicht okay. Aber ich wüsste... Nein, ich wüsste tausend Möglichkeiten. Das war doch eine Bunkerbombe. Wenn die auf dich drauf fällt, geht sie kaputt. Dann müsst ihr was machen, was jetzt auch ein bisschen explodiert. Nein, ich muss einmal gewinnen, bitte. Na gut, okay. Einmal gewinnen. Mach mal was, was hilft. Mach mal was, was hilft. Die explodiert, sobald sie dich erwischt, oder? Ich weiß ich nicht. Ich auch nicht. Bitte, bitte explodier auf die. Bitte schon. Nein. Sie hat mal gegen mich gewonnen. Kann man das sich vorstellen? Egal, welches Spiel ich mit dir spiele, sie findet immer. Ja. Nur jetzt an. Na gut. Weil ich Glück gehabt habe, weil einer abgesoffen ist. Ja. So, jetzt weiß ich aber, wie das Spiel geht. Spielst du ja erst seit 20 Jahren. Endlich weißt du, wie es geht. Ja, ja. Ja, ja. Letztes Spiel habe sogar ich als Kind schon gespielt. Ja. Da gab es ja immer mal das Worms 3D. Das fand ich irgendwie scheiße. Und jetzt, das ist ja das Worms 3D. Lotion ist, glaube ich, relativ neu. Warte mal, bist du blau, gell? Ich bin dein Gast. Du bist der Blumentopf. Ah, Blumentopf. Was mache ich mit dir? Wie, wieso ist das so nah? Ah. Guck mal einer an. Schieß das oben auf. Was hat die Pistole? Ähm. Ach, da wo das Wasser drin ist? Hm. Sollst du da oben das, wo Wasser drin ist, aufschießen? Ah. Juhu. Maulwur. Schaaf. Schaaf. Achso. Wie weh tut Flammenpaust? Keine Ahnung. Finde ich auch Stoß? Ja, das tut nicht so weh. Stoßen ist nur cool, wenn du am Abhang stehst. Du. Was ist Dragon Ball? Ciao X-Max. Ähm. Ach komm. Ist das du? Nein, ich wette ich. Wer da drü-drü-drü-drü-drü-drü. Nicht nach unten, ne? Hey, wo? Achso, ich bin mit falschen Tasten. Gott, ich helfe immer. Ciao Max. Ich treffe mich bestimmt mit. Ah. Gut. Gut getroffen, ohne Schaden zu nehmen. Ich bin stolz auf dich. Danke, danke, danke. Mein Meister. Achtung, Blumptopf. Blumptopf. Das war der 23.496. Sieg in Folge für mich. Jawoll. Ninja. Jawoll. Oh, Pappel. Was können wir denn machen? Hast du das Flugzeug vorbeifliegen gehört? Ja, ja. Von da nach da. Ja, das kann man so round nennen, gell? Ob die Barzooka reicht? Ja, 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 ja. Ich probiere es einfach mal. Äh, das war super. Das war gut. Oh, da brennt es. Guck mal. Aua. Ah, hat nicht viel Schaden gemacht. Wer ist dran? Sad and Death. Du bist dran. Ah, brennen, brennen. Glaublich zu weit links oder rechts? Ja, ach. Wo ist das Seil? Hier. Oh, ich werde morgen eine Prüfung bei S43 haben. Bin ja mal gespannt. Au. Nein. Oh. Und weißt du, was lustig ist? Er wird absaufen. Ja, ach. Lustig. Hast du auf, mit meinem Dings zu spielen? Mit einem Stäbchen. Mit meinem Stäbchen. Hey, jetzt auf. Ja, okay. Da kommt ein Rohr raus. Ja. Na ja. Oh, man. Der sitzt da oben ganz gut. Lass den mal. Oh, Blub hat es gemacht. Blub hat es gemacht. Blub, der kleine Wurm hat es gemacht. Wen spiel man denn? Was tun? Ah, den da oben. Da unten ist ein blauer Ding. Den kannst du abknallen. Was tun? Ich mag Lenkrakete, aber die bringt mir hier nichts. Ja, wenig. Ähm. Achso, nee. Was ich meine, ist Luftangriff. Guck mal, Wasserpistole soll auch ganz nett sein. Das passiert jetzt hier doch was. Ja, aber... Das ist ja langweilig. Schieß doch mit einer Bazooka. Aber nee, ich spiel mit der Lenkrakete. Ich brauche mich schon drauf. Ja, ich weiß. Ich kann das nicht. Ist... Nein. Immerhin. Oh, meiner säuft mit ab. Mann. Hä, wo ist deiner hin? Hä, wo ist meiner hin? Hä, wo ist der hin? Da, glaube ich. Hä, wieso ist der runtergefallen? Mann, wieso ist der runtergefallen? Was hast du denn gemacht? Keine Ahnung. Hast du den Rückschlag nicht ausgehalten? Ja, scheinbar. Oh, Mann. So. Schau mal, da hinten sind ein paar blaue. Die stehen da so gut. Ach. Okay, das habe ich mal... Nein! Nein! Ich wollte gerade sagen, ich habe voll verloren, aber... Ich habe nur noch eine. Du hast immer noch verloren. Mann! Ich verwechsel mal Shift mit Leertaste. Das ist so ekelhaft. Weil für mich ist Springen Leertaste. Ja. Nicht Shift. Ja. Du könntest den Schritt nach links machen, dann überlebst du vielleicht. schnell ein Rinderlänger. Alte Bappen. Ja, wie kann man jetzt drei Würmer gleichzeitig mitkriegen? Ja, ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Also, ich hätte ja eine gute Idee. Ja? Welche denn? Sag ich dir nicht. Ich kann das eh nicht. Oh. Sie sucht einen auf Ninja zu machen. Das Problem ist, wenn ich jetzt da hochgehe, schießt du mich eh runter. Möglich. Vielleicht auch nicht. Hat man nur einen Schuss oder mehr? Nein, du kannst zu viel schießen, wie du willst. Ich muss lachen. Bei so was muss ich lachen. Du hast Wasser geninjert. Guck mal, jetzt ist es 2-1-1. So, jetzt, wenn du jetzt nochmal gewinnst, hast du das Spiel gewonnen. Als ob ich jetzt gewinne. Komm, das kriegst du hin. Oh Mann, das war doof. Das war witzig. Werdest du sowieso verloren. Daher ist das eh kacke. So war es halt ein lustiger Abgang. Das war der Plan. Das wollte ich. Lacht nur alle. Lacht nur alle. Alle. Alle einmal lachen. Ich glaube, du darfst anfangen, oder? Weil du der Loser der Herzen bist. Nein, ich darf anfangen. Ja, du bist der Loser der Herzen. Ja, vielleicht bin ich das auch heute. Also, es ist Zeit für Blumentopf. Blumentopf. Weißt du was? Ich probiere heute ein bisschen Spiele aus. Ja, wenn du ausprobierst, bist du immer gut. Was macht der? Ach so. Das ist ein Aulwurf. Boom. Oh. Das ist ja cool. Wenn man weiß, wie er geht, dann ist der geil. Ja, wie der Superschaf, nur in der Erde. Ja, aber guck mal, der hat Millimeter, den er da geht. Das ist eigentlich voll langweilig. Das ist ja nicht viel. Anscheinend geht es ja gern baden. Du. Äh, nö. Nur mit Seil. Als ob man sich da nicht wieder rausziehen kann. Das ist doch völliger Blödsinn. Ja. Was ist das eigentlich? Eine Taka-Pistole. Uzi. Das ist eine Uzi. Eine Rotflinte. Die Leute lachen. Das ist schön. Wenigstens. Du unterhältst die Leute. Das ist doch toll. Ja. TNT. Oh. Du willst gleich hier richtig hier warzen. In welche Richtung soll er fliegen, gell? In welche Richtung gehe ich? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Schwierig, schwierig. War doch gar nicht so schlecht. Ja. Das ist doch Bescheid mit Suddenbath, wenn die da unten hocken. Ja, ist es auch. Ich wollte auch gar keinen Suddenbath, aber... Warum ist es dann? Ist auch mal spannend. Ist ja fair für... Ist ja gleichberechtigt für alle. Glückwunsch, sie haben nicht getroffen. Egal. Machst du das mit Absicht? Nein, das ist mein Lieblingsabschicht. Oh, das ist auch noch ätzende Säure hier, du. Werwolf, schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Könntet ihr nicht mal das Browser-Game Boxhead 2 von dem Co-op? Das Spiel macht voll Spaß. Wie kennt das einer? Ich kenne es ehrlich gesagt nicht. Aber kann man sich mal auf jeden Fall vormerken, ja? Oh, sie sammelt Kisten ein. Ja. Wasserpistole. Tu mir weh. Tu mir weh. Oh, eine Wasserpistole wäre jetzt hier gar nicht verkehrt. Das Zucker geht auch. Wenn man drin... Mit Wasserpistole wird es gleich abgesoffen. Echt? Ah, abgesoffen. Okay. Verdammt. Okay, jetzt muss ich mich ein bisschen anstrengen. Ja, ja. Nee, nix da. Doch. Pass auf. Hey. Ich mag meinen Basi. Warum habe ich hier eigentlich in echt keinen Baseballschläger? Weil ich Angst davor habe. So. Ja, der da unten ist sowieso weg. Den brauchen wir uns nicht mehr drum kümmern. Jetzt haben wir doch noch die zwei da oben. Löderweise habe ich auch nur noch zwei da oben. M, 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 M. Der rote da unten ist für mich auch Geschichte. M, 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 M. Die fliegt, oder? Und landet dann. Ich weiß nicht, was du genommen hast. Clusterbombe. Das ist, glaube ich, wie eine Granate, nur er explodiert die mehrmals. Ja. Der Wind geht in die Richtung, oder? Ja, da fliegt sie... Wie stark. Ja, da fliegt sie... Ja, schon sehr stark. Schon sehr stark. Ich werde so verkacken. Ja, vielleicht. Hast du aber Glück gehabt, du. So eine Scheiße, ich wollte dich damit treffen, verdammt. Da hat gar keiner Schaden gekriegt. Wie habe ich denn das gemacht? Ich bin so gut. Gib zu, das war pures Können. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Wie funktioniert Wurmtausch? Dann kannst du dir einen aussuchen, den du nehmen kannst, oder? Ja. Okay. Vielleicht mit Tab? Ah. Wieso helfe ich dir? Verdammt! Ja, weil ich dir auch helfe. Stürz ab! Verdammt! Stürz doch ab! Nein, das ist keine gute Idee. Doch, glaub schon. Boom! Das war gar nicht mal so schlimm, wie ich erwartet habe. Ich hab da gedacht, du triffst beide. Nee, aber das reicht mir schon mal. Ich hab morgen ein blödes Sommerfest. Ist schön, etwas zu schauen, was immerhin noch Spaß macht und unterhält. Oh, das freut mich, dass wir heute dich unterhalten. Oh, ich dachte, der andere wäre dran. Wer wäre dran? Ich dachte, der wäre dran und lauf los und dann läuft der da. Also. Ähm. Was ist denn? Was hast du denn gesehen? Ich? Ja, weil du so gezeigt hast. Hm, sie weiß es selber nicht mehr. Nein, ich dachte, der wäre dran. Aha. Was mache ich denn jetzt mit dir? Wo sind eigentlich die coolen Sachen? So heilige Granate, Banane. Gibt's heute nicht. Da, da, da. Was hast du denn? Ui. Voll rein hier. Die will mich fertig machen. Natürlich will ich das. Du hast noch viel zu viele Punkte. Du auch. Los geht's, Blumentopf. Blumentopf, Blumentopf, nicht mein Blumentopf. So. Oh. Okay. Aber Sommerfest, das klingt doch schön. Hm. Ich mag Sommerfeste. Hast du gehört? Eine reicht eh nicht aus. Schade. Ninja. Ich schade weiter. Hahahaha. Mein Plan versteht sich. Ja, zack! Gleich gibt's ein Livestream. 1 1228. Wo ist der Livestream? Hier. Stream doch schon! wieso wo ist die bazooka man scheiße ich dachte ich hätte die bazooka automatisch was war das was sah nach einer granate aus danke schön ich dachte man hat immer standardmäßig die bazooka in der hand man falsch gedacht oh man wäre der runtergefallen ja wirklich ja ich bin verärgert ich hab das wenigstens weh getan dein wurm ist wabbelig ich weiß gar nicht ich bin auch noch entschlossen ob du gewinnen sollst du ich hab ja schon ein bisschen mitleid das ist ja schon kacke irgendwie so ein bisschen was ist das auch danach eine runde die ist er hat noch eine runde runde okay was macht eigentlich das geht nicht das ist ein abfluss also das lässt was er hat was haben wir denn noch wieso verkleiden das finde ich auch gescheuert flammfaust du wolltest du mal wissen was eine flammfaust macht ja die ist heiß das weiß ich schon ja ich sterbe auf dir meinst du ja stimmt hitze frei ja vielleicht hast du glück ja die nächsten paar tage soll ja richtig knackig werden ich brauche schon vor die arbeit ich habe mehr krips als muskeln ja was ist da drin ich habe auch immer gesagt zu den leuten wenn die gesagt haben mei an dir ist ja nichts dran habe ich gesagt brauche ich ja nicht ich habe halt mehr krips das ist wichtiger so welchen von denen nehme ich als ob ich dich da treffe ja das stimmt das ist ja nicht mal ein ball ja genau ist klar lustig gibt es doch nicht du machst es mir auch echt schwer zu verlieren gibst du dir schon mühe ja neuerunde neues glück ah 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 wüsstig wäre mir dann ins wasser gefallen Sieg für mich So, jetzt machen wir noch eine Runde. Ja! Okay, ohne Satten Death. Okay. Mit voller Waffendröhnung. Ja. Gut. Alles. Alles, was es gibt. Eine Kuh. Achso, man muss drei Runden gewinnen. Egal. Wir machen ein Kind trotzdem raus. Also man muss wohl drei Runden gewinnen, um das Spiel zu gewinnen. Um den Pokal zu bekommen. Also drei Runden, A drei Runden, oder was? Scheinbar. So, Runde 0, Zugzeit 90, Siege 1, Zufallskarte. Ich gebe mal meine Spielanstehung rein. Aber eigentlich müsste das sein. Ja, volle Dröhnung mit Oma. So. Was ist das da? Übervoll. Was ist das? Keine Ahnung. Wir sind als Spieloptionen. 60. Wohngesundheit. Kann man mal auf 200 machen. So, Rückzugszeit. Fünf. Wohnbewegung 1. Absenken. Beides ohne. Sturzschaden. Sein Rückzug. Wohne uns mal. Okay. Und ich habe nur einen Versuch, ja? Sich zu besiegen. Jawohl. Okay. Jetzt gilt's. Jetzt gilt's. Konzentration. Das macht doch keinen Spaß. Doch. Mir schon. Sollen wir mal oben offen? Zwei Inseln? Ja. Gut. Was zwei Inseln in Uruk? Oder eine. Keine Ahnung. Nein. Das Schaf ist so süß. Ich will so eins. Ja, das wäre schon was, gell? So. Aber wie will man das einsperren, ne? Vogelkäfig. Vogelkäfig? Du brauchst aber einen großen Käfig. Die sieht groß gruselig. Ja. Könntest du recht haben. I am red. Oh, da war eine Miene. Und wir warten, 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 warten. Auf was denn? Gibt doch schon los. Ich muss gewinnen. Oh, Oma. Nein! Oh! 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 Oh, der ist hinüber, oder? Boah! Schon war's ein Loch? Ja, weil da das Ding stammt. Oh, 118! Oh! Oh! Kommt irgendwann wieder Gareth Mott? Bestimmt! Auf jeden Fall! Enjoy! Wie gerade sind, da kenne ich, glaube ich, auch. Also, wir hören hier meistens Bayern 3. Wenn überhaupt. Oder Antenne Bayern. Oder Antenne Bayern. Und in Frankfurt habe ich immer in FFH gehört. Link mich nicht ab! Link mich nicht ab! Was suche ich denn? Ah, das versuche ich. Esel suchst du, oder? Oh nein, das hat ja... Dings! Oh! Ist das fliegende Schaf? Oder ist das denn? Ja. Bis da rüber schaffe ich das. Ich sehe, hör auf, es zu schwenken. Komm jetzt aus dem Bad raus. Ähm, ja, wo ist das Schaf? Hier ist das Schaf. Wo bist du denn? Ach, da. Oh Gott. Wo willst du denn hin? AAAAAAAAAN! Mann, wieso fliegt das so... Das fliegt ja nach oben, verdammt. Gott, hab ich mich erschreckt. Oh, Manu. Du bist so weit weg von mir. Ja, du auch. Ach, stimmt. Guck mal, hier ist der goldene Esel. Oh, bei dir geht der Esel jetzt. Wie gemein. Hör, Gott, die ging der doch auch? Nein, bei mir hat der jetzt noch eine Runde Abflugzeit. Achso. Oh, Mann. Oh, scheiß, ich hab mich auch nicht erwischt. Deiner ist auch irgendwie grün. Boah, nein, ich hab mich. Verdammt. Einer weniger. Oh, Mann. Sag, was ist mit Rick Ricks? Es soll mit Rick Ricks sein? Kann doch heute. Hier ist trotzdem keine heilige Granate und keine Banane. Was mein ich denn mit dir? Eselgott. Oh, jetzt will sie es wissen. Mit der Bump Gang. Wann? Ich hab mich mitgetroffen. Ja, leichter Rückschlag. Ich hab ja jetzt schon wieder verloren. Ach, Quatsch. Ja, Ach, Quatsch. Ach, Quatsch. Weil du anfangen durftest. Das war dein Vorteil. Meinst du? Ja, weil du die ganzen coolen Sachen zuerst hast. Mhm. Ja, ich konnte den Esel noch nicht benutzen. Das kann sein. Jetzt kannst du ihn aber benutzen. Hättet ihr vielleicht mal machen sollen. Tschüss, Oliver. Fall runter. Oh, Mann. Ich probiere jetzt Überfall aus. Ach so, da kann ich deine Waffen klauen. Dann klau ich Überfall. Wie witzig, wie umgezogen. Etwas wurde gestohlen, wie umgezogen. Ich bin ja ein richtiger Frechdachs. Boah, der hat 225 Leben. Ja, weil ich es in der Gesundheitskiste eingesammelt habe. Ich hab den ja das Schlingelchen. Oh, der 15er. Wie süß. 15er? Ja, der hat nur 15 Leben. Dürfen wir nicht, ist aber egal für mich. Ich hab nicht mal das Spiel. Welches Spiel? Äh. Das war mein Kopf. Ich hätte es mir wenigstens irgendwo hinhauen können, wo es nicht so wehgetan hätte. Das war mal ein guter Zug. 225, ab ins Wasser. Oh. 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 Da war eine Mine. Ja, da war eine Mine. Da war nur irgendwo... Ah, da links ist noch eine. Was tun mit dem Huhn? Achso, Worms. Mhm. Was ist Worms? Worms Worms. Hat er nicht. Das Spiel. Worms Worms. Na, kannst du bei uns zugucken und mitfiebern? Stell dir vor, du wärst Xilin. Oder Xaru. Je nachdem. Ob du verlieren oder gewinnen willst. Bock, 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 bock. Oh, da könnte die Kante erwischen und rausfallen. Ach, das geht auch nicht. Ich dachte, wieso hüpft der so? Das ist ja gemein. Ein kleiner Hoppel. Ach, Xia, Xia, Xia. Das sind so Sachen, die kann ich mir auch nie merken. Das lerne ich jedes Mal wieder neu. Dann müssen wir öfters Worms spielen, gell? Ja. Dann kannst du dir das vielleicht auch mal merken. Super Schaaf. Oh, ne, da geh ich nicht hin. Oh, hier. Ja, auch noch Looping fliegt. Boah, der wär geil gewesen. Oh, Gott, sei Dank. Der wär echt gut gewesen. Halleluja. Puh. Aber hat weh genug getan. Aber die heilige Granaten fehlt, oder? Ja, und die Bananenbombe. Stimmt. Alles nicht da. Aber die konnte ich nicht auswählen. Ja, komm, ich mach mal Lüfter noch vier. Noch den roten Dach. Den da? Ja, der fällt in Wasser. Ja, aber der muss auch sterben. Ja. Aber der ist dann weg. Ja, stimmt eigentlich nicht. Das ist die Idee. Ja. Du musst jetzt gleich wieder übertreiben in der Bazooka. Also wirklich. Ja, den Luftangriff brauche ich für was anderes. Ich ziehe ihn ein bisschen höher, bitte. Dankeschön. Ja. Versenken. Oh. Jetzt muss ich wieder aufholen. Und den mal aus dem Wasser holen, da krieg ich mir mit Schaden. Oh, wie schön. Nee, gar nicht. Doch. Für mich schon. Für Gottes Sicherheit für mich wenigstens freuen. Oh, ich freu mich für dich. Ui. Esel fliegt. So. Hier ist jetzt der Shop. Kann ich hier kaufen? Nee. Oh, es gibt ja ein UFO. Ich probier mal UFO aus. Keine Aliens. Ich weiß nicht, was passiert. Keine Aliens. Warum geht das nicht? Weil ich immun bin gegen Aliens. Scheinbar ja. Ein Wasserpumpfmann. Nein. Blablabla. Boah, das ist viel Wasser. Muss man schon sagen. Boah. Ja. Zwei hast du noch. So. Tichu. Und glaube ich, der hat er zwei, ich geh. Aber du auch. Wie töd ich die jetzt am allerschnellsten? Hm. Mit Stützen. Hm. Kann man machen. Bitte triff. Oh, ja, Wahnsinn. Der Wahnsinn. Hat er jetzt nicht mal Schaden bekommen? Nö. Ach, geil. Ich hätte es mir auch gleich sagen können, dass das nicht geht. Hätte ich machen können, wäre aber langweilig gewesen. So, was können wir denn machen? Was geht denn jetzt? Ufo. Was ist das hier? Telekinese? Hot, hot. Huh. Hab wohl nichts bewirkt. Gibt es dir gar keine Mühe? Das ist immer das Deprimierendste, wenn du dann auch noch ausprobierst und gar nichts machst und ich trotzdem verliere. Ja, das ist dann ziemlich spannend. Und jetzt weißt du, warum wir nicht so oft spielen. Also soll ich dich lieber gnadenlos kalt machen, oder? Ich habe keine Ahnung. Na ja, das ist meine Möglichkeit, mal ein bisschen auszuprobieren. Ja. Feuer! Ich würde dir die neue Map für mir sagen, wird nicht rechtzeitig fertig. Na ja, da fahren wir halt fahren. Das ist doch auch schön. 33 Schadenspunkte, das ist doch ein Witz. Ja. 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 Ja, was soll ich jetzt sagen, darauf? Warum gibt es eigentlich keine Sniper oder sowas? Nein, das tut nichts. Hallo ist kompliziert genug. Kann ich dir damit wehtun? Frustern? Au, 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 au. Autsch. Mehr davon. Geht Ufo jetzt? Nein. Du hast es ja gar nicht probiert. Grabe ich nicht. Verdammt. Was ist das? Ich weiß es nicht. Was ist das? Ach so. Nein. Ich glaube, es soll eigentlich schießen, aber es steht in die falsche Richtung. verdammt das wusste ich nicht das hätte ich immer schön eine runde abgeknallt aber guck mal er spannt schon den regenschirm als wir das was bringen würde nein meine wachkanone brennt das hat aber so wenig schaden gemacht weißt du was was du kannst kann ich auch warum hat es so wenig schaden gemacht weiß ich nicht ich dachte das ding macht mehr schaden der ist weg regnwürmer kann nicht so gut schwimmen habe ich gehört kannst du locker mit sie ja wenn wir sie jetzt nicht mehr das wäre lustig gewesen wenn bei sich schön hier so tschau über die johann da kommst du nicht mal hoch sie kommt noch hoch das ist das einzige was ich einigermaßen kann ja das stimmt da bin ich immer sehr erstaunt da hast recht ich krieg den da drüber ja ja aber höher geht nicht ja das geht schon bestimmt ja schau danke ja mein was hättest du sonst gemacht naja es hat 30 schaden gemacht wie alles andere auch egal was man nimmt esel ja gut okay also das hätte ich dir sagen können ja aber vorhin da die da die hat nur 30 schaden oder so gemacht ich bin immer geneigt dich zu schubsen dann was ist das denn jetzt dass da habe ich nicht weggehen wo scheiße ja das wusste ich nicht naja dann kannst du auf den oben erinnern ist ist einer habe ich überhaupt wehgetan ja ein bisschen das gibt es ja nicht ich habe ich habe 30 gekriegt das meine ich voll das fette teil macht nur 30 schaden so vielleicht eingestellt dass 30 das maximum ist ach ja genau nein das geht nicht das wäre ja da sein können nein 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 ich habe ananas verstanden ich hätte auch ananas gesagt manchmal sind würmer in ananas drin wenn sie lang genug gelegen ist geht die lenkrakete nach oben da wo du hinschießt klickst an und dann zielst du also schießt du aber sie weiß schon mal wie sie drauf schießen ich muss doch länger schießen ich dachte wenn ich einmal drücke dann fliegt die los ach man vorhin habe ich es geschafft da ging das mit der jetzt nicht mehr das ist nicht mein spiel auch wenn ich es gerne mag das ist gut irgendwas hatte ich gesehen was ich ausprobieren wollte wo ist es denn hier flaschen post der wind steht gut und feuer löschen löschen nein die ist ja im wasser deine nähe naja ein bisschen schaden hat es für mich jetzt habe ich keine lenkrakete mehr ich wollte es noch mal probieren super scharf haben wir auch nimmer guck mal du hast eine alte Omi ja ob die verbrennen kann keine ahnung guck mal wie es aus treffe ich dich bestimmt sicher nö oh oh ich treffe mich selber oh ne oh gott sei dank oooooooh puh puh der war gut so gut jetzt muss ich was tun puh also was könnte ich tun um dir weh zu tun schauen wir mal das klingt so lustig versuch's mit einem bars naja es macht nicht so viel Scham. Der Mau, der könnte jetzt sehr gute Arbeit leisten. Gesundheit. Nein. Oh, ich wusste nicht, dass der so rumlauft. Ja, jetzt weißt du, wie es mir immer geht. Ich weiß auch nie was. Gott sei Dank. Das hätte lustig werden können. Was mache ich mit dir? Da kräht ein Hahn. Ah, was meinst du? Nein, Geist. Die verkackst bestimmt. Du musst nach unten ziehen und dann lange leer. Ich erwische immer die falschen Tasten. Okay, wie macht man das, dass der gräbt? Keine Ahnung. Aber du lässt sie doch immer graben. Ja, ich weiß auch nicht so genau. Kamikaze ist geil. Timo Alimo! Uh. Oh. Jetzt hast du dich aber fast selbst getötet. Ja. Du irre. Wenn du es nicht schaffst, mich jetzt zu besiegen, mache ich dich fertig. Ob ich nur einen Baseball schläge? Vielleicht hätte ich das vorher gucken sollen. Scheiße. Das kann man ja gar nicht schaffen. Aber du stimmst mit, das wäre so geil. Ja. Ja. Oh Mann, das wäre so geil gewesen. Oh Mann. Diese Panik. Ihr habt ja den Gesichtsausdruck gesehen. Und das ist dann so, oh Gott, ich muss es schaffen, ich muss es schaffen. Dann verkackt man es immer mehr. Herzlichen Glückwunsch. Das ist kein richtiger Sieg, wenn du dich nicht anstrengst. Ich habe mich ja angestrengt. Ja, ja. Doch. Ich bin richtig schwitzen gekommen. Sie ist so konzentriert. Sie schießt und, nun gut, sie trifft sich selber. Das nenne ich mal weg. Ich spiele nie wieder mit. Doch. Nein. Wir spielen wieder Worms. Doch. Nie wieder. Und möglichst bald. Okay. Ja. Gut. Gut. Liebe Freunde, wir verabschieden uns für heute. Jede Runde weinen. Wieso, du hast doch gewonnen, ist doch alles schön. Ich habe zwar am meisten Schaden gemacht, aber steht da. Ja. Schau. Steht da. Ja, an dir selber. Nein. Gegnerschaden. Wie kann das denn sein? Wie kannst du das? Weil ich meine meistens versenkt habe. Achso. Oder wenn du meinen versenkst, glaube ich, ist das auch kein Schaden. Dann zählt das nicht als Schaden. Ja. Ich habe aber nichts versenkt von dir außer einen. Wenn du sie natürlich selber versenkst. Ja. Wenn du sie natürlich selber versenkst. So. Ja. Ich bin fertig mit den Nerven. Das war echt anstrengend. Das war's. Ja. Das war's. Das war's. Das war's. Aber. Keine Sorge. Morgen gibt es wieder einen Livestream. Also. Wieder einschalten. Juhu. Also. Momentan. Klappt es ganz gut, dass wir mal abends eine Stunde streamen. Oder beziehungsweise ich. Ob Xena dann immer mitmacht, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber. Viel zu anstrengend. Aber hin und wieder ist sie auf jeden Fall dabei. Und. Ja. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. 처 cohort. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank.